Symbolischer Spatenstich So geht's nicht weiter. Geisterspiel in Leipzig, Vollhütte dagegen mit 50.000 Fans, dicht gedrängt beim Rheinischen Derby in Köln. Die abstrusen Bilder von Wochenende haben die Debatte um Zuschauer in den Stadien nochmal so richtig angeheizt. Während die Vereinungen in der Einnahme landen, fordert die Politik stärkere Einschränkungen. Ein ausverkauftes Haus am Samstag in Köln, erlaubt vom Gesundheitsamt. Die Regel 2G+, kurzfristig verordnet die Maske. Ich habe eine Genehmigung gekommen, am Samstag 50.000. Ich wurde nach vier Stunden vorstuhlgegen, informiert, dass es eine Maskenpflicht am Gast gab. Über Social Media und Stadion-Durchsagen gab der Klub die Information sofort an den Zuschauer weiter. Wir haben gesehen, dass wir die Maske nicht getragen haben. So geht das nicht. Das sind Bilder, die wir nicht noch einmal wollen. Wir werden darauf die Konsequenz ziehen, bäubliche Reduktion zu setzen. Die Diskussion geht in alle Richtungen. So befürchtet Stuttgart aus Hitzensberger schwere finanzielle Verluste. Die ganze Spiele sind für uns wirklich dramatisch. Der Präsident des Zeitligisten Aue fordert hingegen, wir brauchen bis Ende Dezember einen totaler Doktor. Okay.